In der zwölften Entscheidungsshow setzte sich Musik Gabriel Kelly die Let's Dance Krone auf. Den Ritterschlag hatte es von Joachim Jambi allerdings bereits nach dem Impro-Dance im Halbfinale bekommen. Selbst Alexander Klafs hat Samba und Rumba nicht so getanzt wie du. Das ist wirklich bemerkenswert. Denn bis Anna Ermakova 2023 auf dem Let's Dance Parkett erschien, war Klafs, der die Show 2014 mit Profitänzerin Isabel Edwardson gewann, von Jambi als bester Let's Dance Kandidat aller Zeiten gehandelt worden. Im Finale setzte Kelly seinen Siegeszug fort. Er ertanzte 90 von 90 möglichen Punkten, auch für die Samba gab es 30 Punkte. Und die war wirklich rekordverdächtig. Denn wie Motsi Mabuse und Joachim Jambi einstimmig betonten, sei es die beste Samba gewesen, die in 17 Jahren bei Let's Dance. Anna Ermakova tanzte ihre Samba übrigens mit Christian Polanz in der Partnertauschfolge, und das unter schwierigen Bedingungen. 1,80 Meter musst du bei einer Samba erst mal koordiniert kriegen, merkte der erfahrene Profitänzer damals an. Jambi lobte den Auftritt als eine sehr natürliche Samba mit viel Action und Rhythmus. Du warst sensationell. Du warst gut im Rhythmus mit deinen Körperbewegungen, so sein Urteil. Als Belohnung gab es 29 Jurypunkte für Ermakova und Polanz. Von Joachim Jambi, Ermakova hat sich ihren Platz in der Let's Dance-Geschichte auf jeden Fall verdient. In Staffel 16 erreichte sie ganze elfmal die Höchstpunktzahl von 30 Punkten für ihre Auftritte mit Valentin Lusin. Absoluter Rekord. In der Weihnachtsshow 2023 erhöhte sie die Zahl ihrer 30 Punkte Tänze sogar noch um 10.